Freunde und herzlich willkommen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ich hoffe ihr habt gut geschlafen, ich hoffe ihr seid gut in den Tag gestartet. Heute gibt es mal wieder eine Runde mit Fizz auf dem Main im Ranked, also die meisten haben es ja gleich mitbekommen, das hier ist mein Main-Account, das hier ist mein Main-Account, das hier ist mein Main-Account aktuell. Nochmal kurzer Reminder, wo wir gerade über meinen Main-Account sprechen, ich habe keinerlei Accounts, die irgendwie Lesky-Q oder irgendwas beinhalten. Das heißt, wenn euch jemand über den Weg läuft, der irgendwas mit Lesky-Q zu tun hat oder mit dem Namen technisch, das sind dann meistens irgendwelche, ich sag mal Faker. Ne, ich höre nämlich öfters, ja hier ist jemand, der heißt Lesky-Q und der ist voll toxic, bist du das und so? Nein, aber heute, wie gesagt, wir spielen mal wieder eine Runde Fizz, ähm, gegen, äh, äh, gegen Renekton, ähm, ja. Äh, das ist, ähm, hm, wir könnten jetzt mal Melf, can I go against Cassio? Also ich würde lieber gegen Cassio gehen, alleine aus dem Grund, dass ich Magie-Essenz dabei habe. Das wäre natürlich auch klüger, vor allem weil er Rüstung sehr wahrscheinlich dabei hat, das wäre also eine Win-Win-Situation. Es könnte aber auch, jetzt mal, äh, wir sollten hier in der Mitte stehen, es kann nämlich sein, okay, Renekton ist in der Mitte. Es hätte nämlich auch sein können, dass es halt einfach Renekton-Top-Lane ist und Cassio-Pyre-Mittlen mit Teleport, das wäre auch viable gewesen. Ähm, okay, gut, das heißt, wir haben geswappt, will natürlich grundsätzlich lieber in der Mitte spielen, weil ich da schön roamen kann. Aber, jetzt habe ich natürlich hier, insgesamt, also das Match-Up ist wie folgt. Early-Game ist mit Fist ja wie immer sehr ekelhaft. Shit, ich habe den falsch angegriffen. Aber, ab Level 6 haben wir ganz gute Möglichkeiten. Ja, wir können ihre Ult-Dodge, wenn wir insane sind. Wir können sie töten. Ja, und das war's eigentlich. Ähm, nee, also es gibt gute Möglichkeiten. Ich würde sehr gerne dieses Game gewinnen. Ich habe gerade auch wieder ein bisschen Lust auf mein Main zu ranken, muss ich tatsächlich sagen. Das ist ja auch immer phasenweise mal mehr, mal weniger. Jetzt gerade habe ich wieder Bock. Unser Plan also, bis Level... Oh, lol, da kommt die Flagge. Ich dachte, von da oben kommt ein Gank. Ich denke mir so, what, wie kommt denn da jetzt einer her? Diese Flaggen machen mir echt Angst. Kennt ihr das? Ja, ähm, so, wir skillen jetzt die Air-2. Dann könnten wir, wenn sie jetzt ihre Q macht, springen wir einfach so auf sie drauf. Komm, mach die Q, komm. Wobei, am liebsten wäre es, mir mit Level 3 zu trainen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ihre Autotext machen auch schon Schaden. Und jetzt nämlich immer das Problem mit Fizz. Jetzt muss man potten, aber man hat noch keinen Mana-Verbrauch, so richtig. Naja, das ist ja immer so ein bisschen... Dann pottet man sich da den... Das Leben weg. Aber wir gehen jetzt schnell für Level 3. Und dann können wir gucken, dass wir was machen. Wir hauen mal einen Pot jetzt rein. Hier eine W. Zack. Da eine W. Wir fahren ja auch ganz gut, muss man tatsächlich sagen. Und jetzt können wir auch mal einen kleinen Engage-Compilation hier machen. Zack. Sie hat ja auch... Leute, sie hat tatsächlich... Ich knall das drauf. Jetzt müssen wir kurz raus. Und... Flash, 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 Flash. Autotext. Ja. Juhu. Juhu. Ich glaube, sie hatte keinen Mana mehr. Kann das sein? Ähm, ich hab natürlich ausgenutzt, dass sie Teleport hat. Selber schuld. Muss man einfach mal sagen. Ich hab ausgenutzt, dass sie Level 3 war. Und ich hab kurz geintet. Aber es hat geklappt. Jetzt müssen wir aber ganz... Ja, shit. Ganz schnell pushen. Hat sie noch Teleport? Kann er Flash, wenn ich kann sein. Aber die killt mich ja wohl nicht, oder? Nee. Gut. Ähm, Wave steht katastrophal, meine Freunde. Das ist immer so... Ich mein, okay, eigentlich bin ich Midlaner. Eigentlich wollte ich gar nicht Toplaner, ne? So, aber wir gehen, denke ich, tatsächlich immer noch zur Toplanen. Daxiel mach ich immer sehr, sehr gerne mit Flassport zusammen. Da bin ich einfach richtig tripiert. Da hab ich richtig Bock. Malfight Midland sieht okay aus. Ich meine, klar hat etwas weniger CS, aber da kommt ein Game. Ah, ich glaube, das wird... Ja, ich weiß nicht. Ja, okay. Macht, was ihr wollt. Auf jeden Fall, meine Lane steht hier oben, wie gesagt, sehr kacke. Sie hat aber nur einen HP-Mana-Stein gekauft. Das ist meiner Meinung nach super bad. Aber sie hat natürlich jetzt viel mehr XP, ne? Sie ist jetzt schon auf dem Weg zu Level 5. Ich muss erst mal Level 3 werden. Aber gut. Wenn ich sie gleich töte, ist das für mich okay. Das wäre eine okay, okay Situation für mich. Da ist ein What. Können wir sie traden? Grundsätzlich habe ich viel besser. Vor allem, weil sie auch kein Pot hat. Ich sollte sie traden. Sollte man natürlich vorher Level 4 eben machen. Zack. So. Jetzt können wir einfach mal so machen. Flusspot rein. Out-Tech. W. Ich sollte, sobald sie ihr... Sobald sie ihr Dings macht, sollte ich... Hab. Out-Tech. Hab. Und raus. Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich mich nicht kürze. Sonst haben wir ein ganz großes Problem. Sie hat aber kein Mana mehr, Leute. Aber ich glaube, ich bin tot. Oder? Oh! Verdingse. 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 3. Nooo. Oh, sie ist Level 5, Leute. Der Level Advantage hat sie gecarrigt. Und das dann... Ja, ich meine, mich haben ein paar... 180 Minion-Davage ist schon viel. Oh, man. Aber die wird noch sehen, Leute. Jetzt sind wir natürlich tonnenweise behind, muss man sagen. Weil... Ich hätte sie einfach länger traden sollen. Ja, was heißt länger? Es war halt ein harscher Trade insgesamt. Ich hatte nämlich noch Pot. Sie hatte ja insgesamt keine Pot. Ich hätte... Meine Pot war, glaube ich, die ganze Zeit am fließen, am fließen, am fließen. Immerhin steht die Lane jetzt nicht katastrophal für uns. Wir kriegen jetzt wenigstens ein bisschen was. Sie steht eher katastrophal für sie. Die Kanone kriegen wir wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem sehr, sehr viel Farm. Ähm, und mit Level 6 müssen wir sie töten. Wir haben immer noch den Vorteil, dass sie Teleport hat. Das ist und bleibt ein Vorteil. Würde auf Dauer aber lieber in der Mitte eigentlich sein, weil ich auch gerne Top-Lane... äh, Bot-Lane-Room würde. Ähm, so, wir müssen die jetzt hier schön alle getten. Get die Spaghetti machen wir hier. Zack. Hab leider... Keine W mehr. Oh, das reicht gerade so. Zack. Zack. Oh, der war zu früh. Den? Ah, okay. Ähm, also, sie ist auf dem Weg nach 6. Wir werden jetzt erst 6. Bedeutet... Ja, wir sollten uns... Ich meine, mit 50 zurückhalten ist halt schon auch schwierig, ne? Wir sollten uns kurz ein bisschen zurückhalten. So. Wir könnten ja gucken, ob wir einen kurzen Trade machen. Guck mal, sie hat immer noch Full-Damage, Leute, ne? Klar, Mana ist ja auch... Äh, also... Was heißt Full-Damage? Full-Mana einfach, ne? Mein Mana ist ja auch... Äh... Also, eine Art von Damage, die... Also, sie kriegt mehr Damage, dadurch, dass sie mehr zaubern kann, aber... Sie wird mich jetzt erstmal ziemlich harsch unter dem Tower pushen. Sie ist auch Level 6 jetzt schon geworden. Wir müssen mal gucken, wie viel XP wir nach dieser Wave haben. Wir fahren uns erstmal in Arsch ab, machen dann eine Ult auf sie und töten sie. Das ist der Plan, den ich mir ausüberlegt habe. Den habe ich mir ausüberlegt. Ich denke, das ist ein guter Plan. Ein Plan, sie alle zu knacken. Sie sollen nur aufhören, mir auf die Nüsse zu gehen. Das wäre sehr geil. Okay. Ähm, mir fehlt tatsächlich noch so 20%. Leider, sie gehen meine Potts langsam flöten. Einen haben wir noch. Den würde ich mir aufbewahren, falls wir gleich traden, weil da mache ich noch ein bisschen Schaden an ihr. Es ist nicht viel, aber... Ne, auf die kleinen Damages im Leben kommt es an. Sag ich immer. Ähm... 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 Also, läuft folgende Weise. Ich mache den Ult drauf. Am besten ein gigatonischer Gigafisch. Ähm... Das ist der Plan. Das ist der Plan. So weit, so gut. So, wir werden jetzt mit diesem Minion Level 6 und das... Sie denkt so, hä, er ist noch Level 5 und jetzt werden wir 6. Zack, Elsa. Wir gehen erstmal da durch. Jetzt machen wir... Ich kann meine eh nicht machen. Nein! Ich schwöre, lass uns ganz kurz schwören. Melfeld FK? Achso, weil er nichts macht in der Mitte. Ich spiele zu wenig Fizz, würde ich einfach sagen. Oder ich spiele zu wenig gegen Kasupaya. Ich meine, sie kann jetzt ihre Spucke unter sich machen. Das ist so ein harter Counter. Das habe ich erst gecheckt, als ich tot war. Ihr seht, es ist auf jeden Fall tot jetzt. Aber das habe ich erst gecheckt, als ich tot war, dass ich nicht springen konnte. Ich dachte so, die ganze Zeit, wieso kann ich nicht springen? Hä? Wieso kann ich nicht springen? Ne, das würde ja mal... Sonst könntest du sie jetzt nur nach vorne spucken. Jetzt kannst du das ja unter sich machen. Oh, goddammit. Ich spiele zu wenig Fizz, spiele zu wenig Kasupaya gegen alles. Dies, das, Mayonnaise. Aber, Leute, ich bin ein Lord. Ich gebe niemals auf und ich finde, das ist ja... Nein, guck mal, es steht 1, 2. Ist nicht geil. Ist nicht geil, sind wir ehrlich. Aber ich bin ein positiver... Ich bin ein Paladin. Ich habe das so hart nicht gecheckt. Ich dachte, die ganze Zeit, wieso springe ich nicht? Das war grau. Was für grau, Brudy? Ich gebe niemals auf. I wanna be the very smashed. No one I can test. Ne, das wird... Ich sage euch, wir können jetzt auch einen Gang in die Mitte machen, aber... Ja, Renek, ich weiß nicht. Ich würde... Vielleicht töten wir sie jetzt einfach, Leute. Vielleicht töten wir sie einfach... Aber jetzt wird sie ein Katalysator wahrscheinlich. Oh man, ich habe aber auch Terrible gespielt, muss ich sagen. Ne, ein Buch sogar. Das heißt, sie ist immer noch voll weich, aber... Das heißt, ich muss sofort gehen. Ja, jetzt habe ich auch hart... Wir poken einfach mal ein bisschen. Pokey, 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 und der Fisch. Das ist aber gut, weil sie hat... Die töten wir jetzt. I wanna be the very... Nein! Oh! Oh, ich hätte keinen Mana, Leute. Mein Flusspot. Aber wir haben sie gegettet, Leute. Ich sage euch. Getty, Spaghetti, sage ich immer. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Let me go. Let me go. Okay. Ja, gut. Wir brauchen Schuhe, damit wir schneller sind. Am besten Magic Penetration. Da würde ich mich sehen. Oder lieber einen netten Dingens hier Teil. Ich meine, CDR ist jetzt auch öfter schon ein richtig knappes Business gewesen. Aber ich glaube, Spaghetti-Schuhe wären Getter besser. Spaghetti Getty? Ja, zwei, drei Leute. Ich bin... Also, es ist nicht geil. Halten wir es fest. Es ist nicht geil, aber... Ich meine, man muss auch fairerweise jetzt mal zurückhalten. Ich spiele echt wenig Fizz. Also, super bin ich Fizz. Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Fizz spiele, ist es ein bisschen besser. Ähm, aber... Wir haben jetzt gleich Ultimate und Ignite. Das ist ja mein Vorteil, den wir über sie haben. Sie hat insgesamt mehr Farmen. Zumindest ist das ihr Summoner. Sie hat Teleport. Teleport heißt, du hast mehr Farmen. Das heißt im Prinzip Teleport. Zumindest für die Lane jetzt selber. Klar, sie kann dann auch mal zur Hotline teleportieren oder so, aber... Ne? So, wir werden jetzt... Okay, zwei Sekunden. Dann gehen wir... Wir machen jetzt ein Poke-Engage. Ohne dabei zu sterben. Hier sind aber auch viele Minions. Wir lassen uns in die Minions fahren. Guck mal, das ist ein Hard-Count. Ich kann hier nichts machen, Brudi. Alter! Okay, wir haben hier Old gedotts. Jetzt nur noch überleben, dann passt das. Komm! Ja, 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 ja. Ja, also, ja. Ich verliere jetzt leider 12.000... Ohne witzig kommt überhaupt nicht auf ihre Scheiß Wegler. Überhaupt nicht. I don't come clear on her way. Hier, Leute. Oh, shit, man. So viel Farmen. So viel Farmen. Ich meine, sie farmt auch terrible, ja? Und ob das... Ich meine, sie hat so wenig Farmen, obwohl ich hier seit... Pro Minute 12.000 Minions. Pro Minute. Aber gut. Sie hat jetzt gerade geultet, Leute. Das ist das Old Massaker. Sie hat geultet, sie denkt so, ja, geil. Aber jetzt bin ich dran. Sie hat jetzt gerade ihr Highlight. Ihr Twilight hatte sie. Jetzt habe ich mein Twilight. Jetzt kriegt sie meine Old ab. Sie kriegt... Ich würde sagen, ich würde sie für eine Full-Time, First-Travel, Full-Fast-Ult gehen. Sie kommt, sie kriegt. Das ist quasi der Deal. Minions haben wir eh keine. Wave steht sehr gut. Wir stellen schon mal ein Du-Kriegst-Du-Willst-What. Das stellen wir hier hin. Das heißt, wir sehen von sehr far away, wenn sie kommt, dann kriegt sie direkt einen Lachs ins Gesicht. Das ist das Lachs-Word. So. Out-Attack. Out-Attack. Sag nicht, siehst du in der... Brudi, wieso ist sie jetzt in der Mitte? Das ist doch Quatsch. Was ist mit deiner Farm hier oben? Was ist mit deinem Turm? Hä? Hä? Ja, okay, dann müssen wir jetzt halt hart reinpushen. Scheißen Dreck. Okay, dann pushen wir jetzt hart rein. Ich meine, dann können wir vielleicht eine Platte kriegen, Leute. Auf einer Platte. Bei einer Platte bin ich immer dabei. Das ist sogar eine Win-Situation für mich. Ist sie noch da? Sie ist noch da. Guckt euch das mal an. Ich meine, sie hat sich da... Ja, die haben da Turm-Damage gemacht. Aber hey, ich mache jetzt hier richtig Damage. Also wir machen jetzt hier richtig Damage, Leute. Ein bisschen die Minions schon mal clearen wieder. So, komm, eine Platte geht hier noch. Nein, jetzt habe ich leider gepusht. Das heißt, wir können ihr nicht direkt den Lachs ins Gesicht deliveren. Aber sie kriegt den auch, Leute. Wir tun jetzt so, als wären wir weg. Ich pote schon mal, obwohl das, weiß ich nicht, den macht. Vielleicht wegen Mana und so, aber... Und jetzt warten wir. Ah, sie hat gesehen, dass sie das Geld noch bekommen. Das ist ein bisschen räulig, oder? Aber sie kriegt ihn trotzdem direkt ab. Man nennt mich auch Sniper X The Legend Lord. Outfischt, sage ich da. Dass sie da nochmal den Push-Wordet oder dahin geht so. Jetzt können wir nochmal Platten, Leute. Oh, let's go. Oh, ne Plate. Ja, geil. 4-4 steht wieder. Ich bin nicht stolz auf dir, es ist 4-4. Aber es ist ein schönes 4-4, Leute. Komm schon. Du it. Das nehme ich mit. Ist egal, was passiert. Das nehme ich noch mit. Ich habe eine Rückgratsversicherung. Nice. Jetzt noch. Trotzdem, Leute. Ganz ehrlich, jetzt würde ich dir sagen, wow, Tobi. Aber ich sage, ich würde es genauso nochmal machen. Genauso würde ich es nochmal machen. Also, okay, vielleicht würde ich eine Sekunde weiterlaufen, bevor ich eh drücke. Da hätte ich drauf achten können. Das hätte ich wahrscheinlich überleben können. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Aber ich würde es trotzdem genauso nochmal machen. Wir sind executed worden. Ich wollte eh shoppen. Und wir haben Towerplate bekommen. Also, Leute. So. Ähm. Item Build technisch. Würde ich sie jetzt erstmal gerne töten. Das ist mein Item Build. Der zweite Item Build ist. Ihr solltet auch eigentlich nicht E2-Lane benutzen. Aber ein bisschen Mana regeneriert das schon. Wir haben 560. Gucken wir mal, wie viel wir kriegen bis dahin. Ähm. Plates gehen jetzt weg. Aber das kriegst du wahrscheinlich noch. Ja. Eigentlich sollte ich warten, dass sie so einen Überfallfisch machen wird. Leute, ich erkläre euch den Überfallfisch. Den habe ich, der ist eine neue Mechanik. Ihr wartet. Und ihr kommt in die Lane und dann denkt ihr so. Wow, das Fisch. Und dann Bruh. So. Das ist der Überfallfisch. Pot rein. Frrra. Shit. Okay. Aber egal. Die machen wir. B. Hier ist die E. Jetzt gehen wir raus. Jetzt gehen wir hier. Jetzt machen wir Protowelt. Und die haben wir jetzt gleich. Jetzt haben wir sie genau da, wo wir sie haben wollen. Leute. Ich sag's euch. Ihr denkt so. Was? Ich sag euch ja. Bruh. Bruh. Schwo. Scheiße. Wir haben wieder. Aber wir haben sie da, wo wir sie haben wollen. She's on my tablet. Sie ist. Die darf nur nicht jetzt holten. Ich hätt sie gekillt. One shot. Das war schon. Ähm. Trivia, Leute. Trivia war das. Hier ist was los, Leute. Das sag ich euch. Hier ist was los. Wo. In welchem Gameplay. Auf welchem Kanal. Gibt's so viel Action pro Minute. In einem Full Gameplay. Als auf diesem Kanal, Leute. Wo? Sagt es mir. So. Ähm. Und zur Action gehört eben dazu. Das ist so. Das ist einerlei und zweierlei. Das gehört immer dazu. Eins kommt mit dem anderen. Hier ist ein Control-Word. Das stellen wir mal. Na, das Proto behelten wir nochmal. Brenn. Machen wir eh. Und zack. Jetzt gehen wir shoppen. Choppy, Spaghetti. Ähm. Er ist gleich tot. Ich hab ihn quasi gekillt. Eigentlich sollte ich den Kill bekommen. Das war meine Ult. So. Ähm. Grundsätzlich sollten wir jetzt eigentlich auf Stundenglas gehen. Das ist so der Deal. Die Frage ist, ich spiel ganz gerne ab und zu Ludens. Einfach nur, weil ich Bock drauf hab. Aber sollte man eigentlich nicht machen. Aber ich glaub, wir gehen auf Stundenglas. Ähm. Wobei, ein Schien wäre auch noch gut. Schien wäre auch noch nicht schlecht. Aber wir haben schon mal viel CDR. CDR ist gut, Leute. Ähm. Wir probieren nochmal den Überfallfisch. Also, der Überfallfisch funktioniert so. Fizz erscheint auf der Lane und ihr denkt, wow. Und dann, wo ihr grad noch so denkt, so wow, seid ihr schon tot, so. Das ist der Überfallfisch. Das hat getroffen. Okay, Leute. Überfallfisch müssen wir direkt mit Q machen. Fla. Fla. Okay, sie hat ihr Dings benutzt. Das ist jetzt hab ich sie, wo ich sie haben will. Ich hab sie genau, wo ich sie haben will, Leute. Perfekt. Voll perfekt. Fla. Fla. Autotech. W. Ignite. Autotech. E. Ah, okay, sie hat geflasht. Naja, sie hat geflasht. Aber, Leute. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Der Überfallfisch, der ist halt noch ein Prototyp, Leute. Den etablier ich noch. Der muss noch gefeilt werden. Neue Dinge sind am Anfang immer scheiße. Können wir sie töten? Ich weiß nicht. Ja, machen wir das. Q. 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 E. Q. Q. Autotech. W. Q. Irgendwas. E. Ja. Oh, Mann. Es ist einfach schon lustig, Leute. Es ist zwar absoluter Inti hier oben. Gebe ich zu. Es ist maximaler Inti. Aber es ist lustig dabei. Das ist doch wichtig, oder nicht? Wobei man eigentlich jetzt... Man müsste halt mir ein Resümee für... Also, fazitieren. Ähm. Eigentlich ist es schlecht für mich. Weil sie outscaled mich. Eigentlich sollte ich sie fahren. Ich mein, eigentlich... Grundsätzlich gewinn ich das Matchup ja. Weil ich ja sie immer an ihrem Turm kille, so. Naja, sie... So, ich bin halt dumm, aber ich kille sie. Also, ja. Ähm. Mir fehlt ein bisschen Geld. Aber sie outscaled mich halt auf dauernd. Auf Level 18 ist sie halt wahrscheinlich krasser als ich. Deswegen sollte das eigentlich nicht passieren. Aber ich bräuchte den hier. Warten wir noch 50 Gold? Das Ding ist, man fragt sich immer... Ist es worth 50 Gold zu warten? Jetzt sind es nur noch 40 Gold. Dann könnte man jetzt überlegen... Hm. Okay, Tobi. Ist es worth 30 Gold zu warten? 25 Gold? Okay. Jetzt sind es 20 Gold. 20 Gold, Leute. Kann man grundsätzlich sagen, ist immer worth zu warten. Oh, wir haben voll viel Geld. Hättet ihr das nicht früher machen können? Okay, wir gehen jetzt mal einfach mal... Wir haben noch nichts von der Welt gesehen. Wir gehen jetzt mal die Welt erkunden, Leute. Lasst uns mal gucken, was wir so finden. Hier haben wir den Krokodok. Hier haben wir den komischen Typen. Sind alles nervige Champs, schwöre ich. Kann ich hier das Farmen oder ist das verboten? Tschüss. So, und jetzt erkunden wir die Welt, Leute. Ich hätte Bock, Lucian zu one-shotten. Ha! Prank und jetzt macht er sein Spell. Und jetzt kriege ich ja meinen Fischer. Leute, ich muss da rein. Das ist mein Job. Das ist meine Attitude. Later! Kann ich hier bitte weg? Nice! Nice! Macht das! Alter, ich bin einfach ein Einweg-Fisch. Einfach... Aber ich musste dem Lucian zeigen, hey, du bist ein Artic Carry. Du gehst in die Base. Ja! Was ein Massaker-Game. Leute, stellt euch mal vor, das ist Diamond. Vor allem so, wie ich spiele. Ne, das ist einfach ein komplettes Massaker. Aber es ist halt lustig. Ein lustiges Massaker. G.G. Triss, you were lucky with Drungland top. And with top. Hallo, ich geh auch da. Astro, ne, oder mit Mitte meine ich. Also ja, ich bin top. Also Mitte, also, ja. So, weiter geht's. Weiter geht's. So, ähm... Sie hat jetzt ihren Mana-Stab da fertig. Also, dadurch wird sie langsam echt tanky. Aber dann erst mal, wenn ich gegen eine Cassiopeia spiele, dann mache ich den Schlangenhaut-Ledersprung. Da seh ich mich. So, wir farmen jetzt mal so ein bisschen. Ich sollte jetzt 160 CS eigentlich haben als Midlaner. Aber ich bin ein Fiss, Leute. Und top lane war einfach ein Metzl-Massaker. Da kommt ein Fisch. Also so ein Knochenfisch. Pike. Da ist der. Ich würde gerne... Sollen wir wieder top lane? Ganz ehrlich, hier in der Mitte ist mir zu viel los. Wir gehen mal wieder top lane. So, ähm... Den könnte ich wahrscheinlich töten, weil der Full-Damage ist. Aber... Oh, dies. Hier für dich. Okay, der meint. Der ist für Silas gedacht. So. Die Ult hat keinen Cooldon, Leute. Jetzt, äh... Leute, Ult hier... Ich bin... Sorge halt dafür, ich... Ich, äh... Re... Investiere in die Meere. Ich sorge halt für mehr Fische. Mehr Fische, gleich mehr Fische. Ich kümmer mich um die Natur, Brudi. Wäh? Könnt ihr mal jetzt aufhören damit? Leute? Leute. Oder schreibt man Leute so? Leute. Leute. So, wir haben wieder Ult, Leute. Leute. Kann ich sie töten? Wenn sie das noch nicht ready hat, vielleicht. Aber sie hat es bald ready und 14 Sekunden und ich muss sie vielleicht ein bisschen pochen. Ich würde sie... Ich würde für den Go gehen auf jeden Fall. Ich würde definitiv für den Go gehen. Dafür könnten sie ja mal vorher Poki Poki machen. Ein kleiner Poki. Erstmal müssen wir die Dinge hier wegmachen. Bevor die meinen Tower wegmachen. So. Ich glaube, sie geht jetzt in die Mitte. Würde mich komplett auf ihr sehen. Würde aber auch die Top-Lane durchpushen. Wir pushen nochmal. Wir sorgen dafür, dass sie wiederkommt. Einfach. Ich meine, wir sind Top-Lane, Leute. Top-Lane sind auf der Top-Lane. Alles andere ist Quatsch. Ich war nur mit Kasupai und ich. Kasupai war einmal in der Mitte. Aber im Prinzip, bist du als Top-Lane einfach komplett abhängig, was der Team macht. Ich habe Glück, dass ich eine geile Brot-Lane habe. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber. Ich bin ja kein. Eigentlich bin ich ein Mitlader. What the fuck? Eigentlich bin ich der Mitlader. Naja. So, Kasupai. Flassball ist drin. Warum auch immer. Let's go. Wir bräuchten das Überfall. Das ist so greedy. Aber hier ist das Überfall. What? Das ist nicht Kasupai. Gut, dann lass den. Habe ich keinen Bock drauf. Weil der macht dann hier. Wobei, wenn der mich jetzt chaset, würde ich. Wir machen aber erstmal hier. Wie viele Items bräuchten wir mal. Was kostet der Bums? 1, 2.000 Millionen? Ich kann nichts kaufen, wenn ich jetzt shoppen gehe. Ja. Brä. 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 Ne. Schön, 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 schön. Das war der schleichende Fisch, Leute. Der schleichende Fisch ist auch einer der wichtigen Fische. Im Grund, wo Kabbula lernbar. Ähm, ja. Schleichende Fisch und Überfallfisch. Das sind die neuen Fische, die etabliert werden. Ähm. Ja, guck. Oh, ne. Mir fehlt noch voll wenig Geld. Ähm. Schaffe ich die Papageien? Pflug. Okay, das war nicht so geil. Ich brauche eine E. 110 Mana. Brudi. Dann eine W. Und W. Und W. Und W. Und W. Oh. Na. Okay, jetzt noch den Boss Battle gegen den. Oh, wenn sie mir den klaut. Ich hasse sie. Boah. 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 Ich renne immerhin auf Diamant runter. Ihr rennt ja vielleicht in Tifraelo runter. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ähm. Aber grundsätzlich. Lichband second ist cool. Aber manch. Ich glaube ich würde meistens lieber Stundenglas hacken gehen. Und dann Lichband. Kommt aber mal so drauf an. Und ich spiele ja meistens. Also wenn das Game Teamfight Heavy ist. Und alle Groupen. Dann würde ich Stundenglas gehen. Und ich bin ja aktuell nur am One on One gegen Caccio Paya. So, da unten. Passt auf. Ich bin ja, ähm. Nen Assassine. Und ich weiß, dass Lucian unten auf der Botland war. Und er läuft potenziell hier durch jetzt. Okay, er ist da. Ich werde ihm auf jeden Fall erstmal zeigen, dass er Lucian ist. Bin unterwegs. Eigentlich wieder in den Tower. Ja. Die Frage ist, hat er hier ein Wort? Das weiß man nicht. Guten Tag. Okay, er wird nach oben abhauen, so wie ich ihn kenne. Wir chasen ihn aber, so wie ich mich kenne. Aber ich glaube, das wird nichts, oder? Vielleicht über Umwege, Leute. Ich bin hartnäckig. Ich bin hartnäckig. Vielleicht. Ich bin hartnäckig. Ich bin hartnäckig, sag ich dir. Ja, 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 ja. Mach doch deinen Scheiß. Ich glaube, er hat Ult und killt mich. Autotech. Ja, nein, schön, ist gut. Was ist hier oben los? Äh, äh, äh. Ich muss mir jetzt irgendwas Masterplan-mäßiges einfallen lassen. Leute, help. Ah! Ah! Okay. Okay. So, wir brauchen jetzt unbedingt ein Stundenglas. Dann wäre ich aber auch nicht weggekommen, super ehrlich. So, Stundenglas. Hier. Back. Sabot ist da. Immerhin steht, wie er 8-8 wird. Das ist mein Ziel für das Game. Nicht weniger Kills als Tode zu haben. Gleich ist okay. Und das Game gewinnen. Das wäre auch gut eigentlich. Das wäre auch ein gutes Ziel. Weil aktuell, Kasapaya wird ohne Witz noch richtig heftig werden. Aber wir haben einen Articary. Und wir haben Rennigan. Und Silas wird eh noch komplett runterrennen. Morellos wäre auch wichtig. Oh man, so viele wichtige Dinge. Ich weiß es nicht. Was passiert hier? Kaccio. Okay, das sieht gut aus. Interessant ist halt big. In a big, big world. In a big, big world. Da, da, die. So. Ja, was machen wir? Melfight ist wahrscheinlich tot. Ich gehe mal hier die Absicherung staffieren. Wichtig ist, dass jemand mit irgendwelchen Wörtern um euch rumhaut. Irgendwelche auch, die gar keinen Sinn machen. Um das Ganze eloquent abzusichern. So, ich komme. Ich bin da. Tristana. Hier ist der Fisch. Der Krokodil fressende Fisch. E. W. Kill. Brotowelt. Q. Q. E. E. Q. Okay. Gut. Machen wir den immer noch? Muss ich das tanken, den Bums hier? Ja, Silas ist da, Leute. Ich mache erst mal Seil es jetzt. Ich glaube, die haben Vision Tegu irgendwo hier. Kann das sein? Kann sein. Guck mal. 9, 8, Leute. 9, 8. Ne, komm, Leute. Wir müssen uns geile Ziele setzen. Ich sage, vier mehr Kills als Tode. Das ist, was ich will. Gleichstand ist Quatsch. Ich will vier mehr Kills als Tode. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen greedy und so. Aber Leute. Metal, Leute. Autsch. Also, sie wird langsam echt reudig, was ihr damit schon so angeht. Ich habe keine Old. Ähm, hier ist ein What. What? Malfight ist wahrscheinlich ein Rip. Wir könnten aber, ähm, Lucian abfangen. Ich bräuchte eigentlich mal diesen roten Radar. So, Lucian ist da. Da war aber noch, wer war das? Silas. Er pusht weiter. Okay, ich bin ein Hai. Silas Potted Bag. So, jetzt habe ich ihn, wo ich ihn haben wollte. Jetzt habe ich dich. Jetzt wird wieder gejagt. Jetzt wird wieder gejagt. Es kann sein, dass er hier drin ist. Wir warten. Wir laufen. Okay, er hat geflasht. Das ist aber fein für uns. Wir müssen aber aufpassen. Es kann sein, dass er uns tatsächlich tötet. Aber ich glaube, nicht. Ja, das Stundenglas war so ein bisschen so für, für komplett arme Leute. Aber ist okay. Vielleicht war das auch ein Disrespect Stundenglas. Man weiß es nicht. So, hey. So, hey mäßig. Man weiß es nicht. Er hat halt meine Ult auch geflasht. Das müssen wir als unfair verzeichnen. Problem ist, mein Team stirbt gerade ein bisschen. Stundenglas ist ready. Ja, guck mal. Hey Leute. Ich sage euch, das war halt Absicht. Weil ich wusste halt eh, dass ich es jetzt upgrade. Deswegen habe ich es auch extra benutzt. Das war, ne. Was für echt. Unbenutzte Sachen sind halt, das ist halt treuig. Das ist so wie geworfenes Essen wegwerfen. Also Essen gedingst. So, wisst schon. Geessenes. Also ungeaufgeessenes. Ungeaufgeessenes Essen wegzuwerfen. Ihr wisst. Oh, Brudis. Oh, no. Mach's. Ult, ult, ult. Jetzt. Ja, ne. Aber ich bin da. Vielleicht kann man da was machen. Hier ist eine Getty Spaghetti. Ult. Ich gehe da rein. Ich sehe mich da. Ja, cool. Sturmglas. Ich habe gedrückt. Oh, shit. Ich habe auf Weh gedrückt. Shit. Ja, gut. Aber ich glaube, es war tatsächlich Worth. Weil ich habe einen Baron von dem weggenommen. Das war actually nicht. Also es war Worth. Worth, Worth. Scheiße, ich habe die Wege gespammt. Hätte ich überlebt mit einem Sturmglas? Also überlebt hätte ich nicht. Hätte ich vielleicht noch Rannigan gekillt, wäre die Frage. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ich gehe ja davon aus, dass es Nein war. Alter, ey. Minute 27 und hier schon 12.000 Kills. 60 Stück fast. Also mein wichtigstes Ziel ist eigentlich Caccio. Weil sie ist aber, sobald sie Sturmglas hat, ist sie unglaublich. Geist. Fokus. Cassio. She's the biggest problem. So, wir gehen jetzt auf Rabadons, würde ich sagen. Oder wir hatten Möglichkeiten. Halt Norellus, würde auch gegen, würde vor allem gegen Silas, gegen Rannigan helfen. Würde aber auch gegen Caccio helfen. Ähm, ich bin da. Spike hier? Nee. Also ja, irgendwie aber nicht so richtig. Vielleicht könnte ich ihn abfangen. Hier, abfangen. Schade. War aber ein Versuch. Der Fisch, Leute, ganz ehrlich, der hat keinen Cooldown. Kannst du einfach werfen. Einfach werfet. Außerdem wollen wir eigentlich Wade Baron, I say. Also ich hätte ihn natürlich gekämmt. Alter, der hat GA und ist Pike. Okay, der ist schon mal tot, das ist gut. Hier ist ein Ward. Okay, da ist kein Ward, meine ich. Ähm. Ja, das ist jetzt gefährlich hier. Da könnte eine Trap sein. Genau das. Ähm. Will aber erstmal zu meinem Team rüber. Die brauchen nämlich hier ein bisschen Assistance. Hab gleich Ult, Leute. Wartet noch kurz, wenn es geht. Malfight Ult hat er genommen. Das ist nicht so geil. Das ist nicht très bien. Atidu. Okay, ich glaube, der Türme ist weg. Drop the Tower. Drop it. Drop it. It's not worth. So, ich hab Ult. Ready. Ready, ready, ready. Die Frage ist, hat sie schon Glastikation? Ich, Leute, wir müsst jetzt was machen, sonst wird das hier nix. Hier, ich mach jetzt einen Fisch drauf. Oh Mann, die cheaten doch. Die hacken. Leute, irgendwas passiert hier. Wie ist mein Fisch so langsam? Ich könnte kurz, ich könnte für einen Poke reingehen, weil der Tau ist gleich weg, Leute. Ich geh poken los, jetzt wäre ich sonst. Okay, es passt. Schnell die Tower-Dinger wegmachen hier. So, die macht auf jeden Fall richtig saftigen Schaden, die Kassel. Old ist aber auch schon bald wieder ready, Leute. Also. Da kommt der. Oh, das freut ich. Kann ich bitte eh drücken? Hallo, ich hab die ganze Zeit eh gedrückt. Was war mit mir? Also ist, glaube ich, nicht schlecht. Sehr gut. Die noch, das wäre sehr, sehr gut. Da noch. Mach noch. Ich glaube, die killt noch was. Ja. Aber es war gut. Vor allem, weil die Baron hatten. Meine Ulds sind Teilzeit-Int. Aber warum, was hat, warum konnte ich, war das schon wieder die Kotze oder was die ganze Zeit? Wie lange hält denn die Kotze? Ist das hier Petri? Ne, das ist Ultimate. Das hier ist Q, glaube ich. Und das ist E. Da war ja die Kotze, glaube ich, nicht mehr. Die war nämlich vorher. Ich glaube, ich wurde noch gestunnt oder so. Oder ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann es nicht sagen. Leute. Wieso hat sie mich gekillt und hier nochmal. Was ist das? Ist das hier Auto-Attack? Zählt das als eine kleine Schlange? Deswegen ist sie hier. Weil sie ja sich selber wirft. Sie wirft ja Schlangen. Ja, okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall für Dinge. Ähm, ja, für. Also, okay, Leute. Passt mal auf. Wir spielen jetzt mal ein bisschen mit Gehirn. Und zwar, wie folgt. Denn, Komma, Punkt. Ähm, das Beste wäre, wie spielt man Fist im Teamfight? Jetzt gerade war das natürlich auch eine Geforst-Aktion. Aber wie spielt man Fist im Teamfight? Fist im Teamfight spielt man so, dass ihr... Es ist nicht ganz so einfach wie Metallon. Aber, ihr kommt nicht von vorne. Ihr kommt von hinten. Sagte er. Ihr. Ähm. Bedeutet. Wir müssen unsichtbar sein. Wir sind ein unsichtbarer Fisch. Bisschen Farben wir noch, cool. Wir brauchen echt noch ein paar Items. Wir... Custify hat jetzt halt Stundenglas. Vielleicht gehen wir trotzdem für Lotion. Ich meine... Ja. Ja, oder für Sile. Ich meine... Ja, ich weiß es nicht, Alter. Aber Stundenglas... Also, ich mach Old und Stundenglas. Countdown ist halt komplett. Bedeutet, wenn gleich ein Fight ist, wir müssen halt wirklich gehirnmäßig massenmäßiger Spieler sein. Naja, das hier ist auch... Weiß ich nicht, ob das was ist. Ähm. Hm. So, was ist die nächste Aktion? Was ist für ein Drake? Eher Feuermann nicht. So, ich kann jetzt schon mal preparen. Der Feuer, Drake. Die werden... Grundsätzlich ist das immer hier so eine Aktion. Deswegen laufe ich jetzt schon mal hier. Wir könnten entweder Custify sofort abfangen oder wir gehen sogar hier hin. Hier ist der perfekte Spot. Wenn er nicht geworden ist, was ich nicht weiß. Custify hat Stundenglas. Das heißt, ich könnte hier... Ja, sie wird jetzt gleich kommen. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich sie töten kann. Ich glaube nicht. Aber hier, was ich jetzt vorhabe, ist, ich kann jetzt richtig schön in deren Rücken gleich reininterpretieren. Entweder in Cassius Rücken oder in deren Rücken. Jetzt laufen wir nämlich hier lang. Jetzt laufen wir hier lang. Ich hoffe, sie haben hier keine Vision. Die Ult ist leider in. Aber wir kriegen halt den Boy hier. Denke ich mal, oder? Shit, das war Int, aber den kriegen wir. Guck, das heißt, wir haben schon mal einen abgeholt. Zwar, ich habe maximal geintet, bin ich ehrlich. Aber einer ist weniger. Ich zwar auch, aber ich bin on the way. Ich bin auf dem Highway, Leute. Ich bin auf dem Highway. Coming for Christmas und so weiter. Kann ich den da... Get die Spaghetti? Okay, das ist freudig. Ich habe schon Glas. Hier ist schon Glas. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ist der noch hier? Okay, ja, ne, ich bin mal kurz raus, glaube ich. Das ist mir doch... Oh no, der lebt auch noch. Okay. Okay, das ist meiner. Zack, guck mal, 13, 10. 13, 10, Alter. Oh man. Also, oh Gott, es geht noch weiter. Ich habe aber eine Ult, Leute. Hier, fremd. Oh, das trifft schon wieder nicht. Aber die hole ich mir jetzt. Ist mir jetzt egal. Zack, hier. So, B noch rein. Noch eine Auto-Tag und noch eine Q. Komm. Ja, ich meine, Leute, ich... Aber ich möchte euch einfach zeigen, ihr könnt mit diesem Chat maximal inten und seid trotzdem geil. Das ist meine Message an euch. Maximal geiler int, nenne ich es. Der killt mich gleich. So, jetzt haben wir auch gleich die Zipfelmütze. Da brauchen wir noch eben Botland-Farm. Wir sind relativ big. Und danach gehen wir wahrscheinlich Morellen oder Voidini. Ich würde mich eher auf Voidini sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber Leute, grundsätzlich klar war es in, was ich gemacht habe. Aber wie ich habe gesehen, mein Positioning war Zitrone. War very... War very geil. Ja, komm. Dann nehmen wir die neue mit. Ist ein bisschen greedy, weil das sehr greedy ist. Hier. Shit. Kriegt die Kanone? Komm, 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 komm. Ja, sehr geil. So. Ähm. Baba-Bi, 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 Baba-Bi. Bin unterwegs. Coming for Christmas. Morellen, Rabadonien. Starts. Wir haben jetzt 700 AP, Leute. Das ist das Geile an diesen Runen. Ich habe halt hier CDR. Und ich habe hier 48. Wir haben 722 AP. Und es holt, macht tons of damage. Maximaler Fisch macht 1400 Schaden. Das ist super, Trigger. Ultimate ist gleich wieder ready, Leute. Okay. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich mach hier... Okay, das ist schon mal gut. Jetzt warten wir kurz ein bisschen. Ruhiger werden. Kurz ruhiger werden. Wir gehen für Casio Paya. Sie denkt so, yo. Und jetzt. Das gibt's doch nicht. Allerdings ist hier, glaube ich, noch... Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber... Hä! Okay. Ja, 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 ja. Ähm, okay. Lassen wir das. Ja, weil das mit den Ults... Ich glaube... Ähm... Ich glaube, die Gegner hat die DOS und mich. Das mit den Ults, das liegt nicht an mir. Das liegt an denen, Leute. Habe ich schon eine getroffen, die ist, Game? Weißt du? Jetzt mal wirklich? Real Talk? Habe ich? Also, ich habe auf jeden Fall mehr verfehlt als getroffen. Das kann man safe sagen. Das kann man safe sagen. Leute, ich würde sagen, das reicht. Lasst uns... Leute... Ich meine, ich habe gleich eine Ult. Aber bevor der Ult nicht da ist, mache ich gar nichts. 3, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Jetzt! Oh, ja! War netter Damage, aber... Ich würde sagen, nee, Leute. Ich würde sagen... Later! Schon lasst, schon lasst, schon lasst, schon lasst. Ding, 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 ding. Hier lebt noch jemand? Nee, oder? Ey! Okay. Okay, 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 okay. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich wäre da. Ich bin da. Aber der Dingstyp lebt auch noch. Ich bin auch raus. Leute, ich bin raus. Leute, 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 Leute. Ich habe aber 12 Sekunden wieder eine Ult, Alter. Ja, 24, 7, oder? Aber da will ich jetzt mal raus, Leute. Komm, 2010 wollen wir das Spiel beenden. Das wäre der Deal. Und Gewinn wäre cool. Das wäre auch nicht schlecht. Machen wir jetzt Rabattons? Äh, Wollti? Ja, komm, Wollti, Leute. Wollti, 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 Wollti. Das ist kein Wollt. Das ist jetzt Wollt. Boah, ist das ein Game. Hier kommen wir trinken. Nee, wir trinken nichts. Das Game geht, wenn es so weitergeht, noch ein bisschen. Fassenspiel, Alter. So. Am besten wäre es, wenn ich jemanden kenne. Wir müssen wieder gleich Turbo-Positioning machen. Lucian ist zwar 2,9, aber er ist immer noch an Adi Care. Er ist in Zulketten, wäre nicht verkehrt. Hier ist Spike am Farm. Vielleicht werfe ich da einfach einen Random Fisch. Er ist immer noch am Camp, sonst wäre er da nicht mehr. Okay, gut, dass ich nicht hingeholtet habe. Er ist schon wieder weg gewesen. Da ist der. Der ist da. Da ist der. Der ist da. Yo. Woo. 900. 1050 macht es. 1050er. Report Adi Care. Schön. Und das ist das Wichtige, Leute. Ihr müsst die Motivation auf dem Adi Care. Da fliegt dann auch. Das war der Tilt. Ihr müsst die Tief halten, die Motivation auf dem Adi Care. Und ihr könnt, Leute, aber mit der Ult, Leute, werft die Ult einfach, wirklich. Sie hat keine Ult. Dann einfach werfen. Nicht sparen. Werfen. Werfen, 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 werfen. Wir haben gleich wieder Ult. Wir kommen. Okay, wir gehen für den Finale. Da gehe ich trotzdem rein. Ist ein bisschen greedy, aber das mache ich. Und jetzt schon lass. Ah, ich hab's noch jetzt. Ah, ja, okay. Na gut. Also es hat noch zwei Sekunden, Legend, ey. Hier ist der Ult, hier. Yo, 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 und. Brrf. 1072. Allerdings ist es auch schon wieder Massaker Gameplay. Ja, ich würde, ich weiß nicht, ob ich das sehe. Also ich hätte schon Bock, aber es wäre ein Death Command. Oh, Leute, 1810. Ich sterbe. Ich brenne. Hilfe. Ah, heiß. Ah. Okay. Ähm, ich glaube, daran kann ich sterben. Leute, ich bin eben raus. Wir machen den Waldini fertig. Jetzt könnten wir auch was trinken. So, AP-mäßig sind wir jetzt bei... Ich glaube, wir pushen jetzt mal Top-Line. Was ist ein Katastrophen-Game? 800, Leute. Jetzt, jetzt nicht you guys. Leute, ich hatte 1%. I had 1%. So, was ist das für ein Drake? Elder Drake. Kann ich ihr im Top-Line pushen? Ich meine, sie hat Teleport, ich nicht. Was ist ein Game? 800 AP, Alter. Die Ulti rastet so aus mit der Dinge. Ich pushe jetzt mal Hard-Top-Line rein, kurz ein bisschen. Die machen jetzt leider Elder, was ein bisschen unglücklich ist. Also, ich hätte auch zum Elder gehen können, aber... Also, ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber... Ich meine, Tissana ist tot. Wäre wahrscheinlich trotzdem besser gewesen, zum Elder zu gehen, aber dafür mache ich jetzt richtig schön Turbo-Tamage hier. Turbo-Tower-Wish, dass wir nicht noch einen, danke. Also, vielleicht gehe ich jetzt, wenn die jetzt lang... Also, es gibt jetzt zwei Müll-Kelten. Wir verlieren das komplette Game, weil mein Team stirbt. Oder ich mache jetzt hier halt das Ding kaputt. Das ist, finde ich... Ja, ich meine, die haben Elder, aber... Die haben nicht, das ist der letzte Tower-Light. Boi! Wenn ich den Ding hier auch noch bekomme, wäre das supergeil. Hier, Litch-Ban machen. Litch-Ban. Leute, ich renne einfach komplett durch. Und jetzt kriege ich den ab und zack! Okay, das ist freudig. Da gehen wir lieber jetzt raus, oder? Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Nee. Schon das wieder auf Cooler, dann wird es ja nerf. Aber, zwei Inibs sind offen. Und ich habe zwei Türme gemacht. Zwei Türme. Ähm... Wild, 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 All on me. Was für All? All? All... Has 30 Sekunden. 20. 15. Ja, es sind 42, aber es ist egal. So, you died. Ähm... You're in need died. Was für... So! Ähm... Gut, wir haben jetzt 933. Können wir noch was machen? An sich, wir könnten überlegen, den Protobeld zu verkaufen. Ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht. Das wäre wichtig. Ähm... Das wäre wichtig, dass wir jetzt nicht verlieren. Da würde ich mich sehen. Was ist ein Game? Was ist ein Game? Ich bin gleich da, Leute. Kann ich noch ein Pop rein? Man kann nur einen drin haben, oder wie das? Nicht sterben. Das sieht gerade nach einem Turbo-Dead aus. KZX ist auch nicht da. Ich bin unterwegs. Coming for Christmas. Coming. Hier. Fret. Der ist erstmal tot. Der ist one-shot. Oh, das ist sogar auf ihr. Aber sie hat Stundenglas. Wir machen jetzt, glaube ich, auch Stundenglas. Jetzt will ich kurz überleben. Wenn ich jetzt tot bin, bin ich nämlich tot. Leute, geht ihr noch was? KZX Inted leider. Ich leere leider jetzt auch. Aber der hat noch irgendetwas. Vielleicht verbrennt der Ball. Ne, der hält sich jetzt, oder? Cop, 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 cop. Wurzel, 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 Wurzel. Okay, Toplane Minions pushen. Es sind drei von beiden Teams tot. Tristana lebt. Tristana ist sehr fett. Es sollte eigentlich passen. Was ein Game! Da! Also, Protobelt zu verkaufen könnte gehen. Er ist aber als Gap Closer sehr gut. Ist aber eher ein mittleres Item. Also, man kann Items in Early, Mid Game und Late Game unterscheiden. Early Game Items sind so diese, die 2K kosten. So was hier zum Beispiel. Das ganze Zeug hier. Das hier ist ein Mid Game. 2,5 und Late Game ist so alles ab 3. Wenn wir... Protobelt ist halt sehr gut zum Rankommen an den Gegnern. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig. Ich würde sagen, wir verkaufen den, wenn ich gleich genug Geld habe. Und kaufen dafür... Ja, was ist die Frage? Wir könnten kaufen... Cloak. Morellen, würde ich sagen. Aber wir haben halt noch nicht genug Geld. Oh, aber fast eigentlich. Ich würde sagen, wir gehen echt für Morellen. Oh, ich weiß nicht, ob das das wird, Leute. Ich glaube, das wird eben... Das wird maximaler Turbo. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Hier rennt gerade jeder runter. Wo ist Morellen? Geepär. Wir haben ihn bekommen. God bless. Sie hat von oben runter geschossen, glaube ich. Hätte ich eigentlich sehen müssen. War spannend. Aber mein Herz macht das gerade nicht mit, Leute. So, wir machen super. 1042 AP, Leute. Die Ult macht 1700 Schaden. 1700, Leute. So, also wenn ich das jetzt auf irgendjemanden deliver. Cassio hatte gerade vorhin halt Ult. Deswegen, das war harsch. Aber wir haben 1912. Das ist... Wir haben uns hochgearbeitet. Kommt der nochmal? Komm. Hier. Den Ult ich mir jetzt. Den muss ich wenigstens nachkommen. War aber 1092. Ne? Schon. Schon ordentlich. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Der hat seine Ult auch gewastet. Alleine meine Wehleute hat 1500 gerade gemacht. Okay, da ist Litschbang glaube ich auch noch mit drin gerechnet. Aber holy shit. 1500 mit einer Weh. Der ist schon krank. So, wir haben gleich wieder Ult. Also, wir müssen Assassin Position machen. Melfeld hat kein Teleport. Der muss jetzt echt wiederkommen. Werf ich ihm Fisch ab? Ich weiß nicht. Der haut dann einfach ab, springt weg. Wir brauchen Melfeld jetzt. Melfeld, ich hoffe, er kommt jetzt. Danke, okay. Erdbeerenbarf stimmt. Das ist gar nicht so. Wir holen uns schnell noch einen Pot, Leute. So, ist drin. GA, beziehungsweise Speed Mode. Ich muss halt wirklich Position, Leute. Ich muss Assassin mäßig. Wir müssen um ihn rum. Wir müssen um alle rum. Mein Team muss selber Waveclearen. Das hier ist Assassin Puzzleschnee. Okay, da ist aber eine Caccio. Okay, es geht los. Es geht los. Es geht los. Caccio ist aber irgendwo hier, oder? Ist sie da? Caccio? Könnte sein, dass ich gleich hier irgendwie in sie reinlaufe. Ist gefährlich. Sehr gefährlich. Ganz ehrlich, wenn das Krokodil tot ist, ist das Krokodil tot. Das ist meine These, die ich aufstelle. Deswegen töten wir jetzt das Krokodil. Prä! Chico Prä! So, ich mache jetzt ganz ehrlich, Leute. Ich flash jetzt einfach auf Cassio drauf und mache Stundenglas. Aber sie hat das Schild muss weg. Wenn das Schild weg ist, werde ich das tun. Wir können aber auch vorher die E-Nips natürlich klären. Die mache ich die One-Shot ich quasi. Auto-Check W. Also fast. Sagen wir mal, positiv gesehen fast ein One-Shot. Also jetzt das Schild weg, dann gehe ich drauf für eine E-WQ auf Cassio. Werde sie nicht töten, aber ich werde vielleicht ihr Stundenglas kriegen und danach kann ich eine Ult drauf machen. Das ist meine Idee zumindest. Das ist mein Plan. Dann brauche ich einen Plan. So, Schild ist jetzt weg. Ich gehe jetzt drauf, weil Renneken ist tot. Ich gehe drauf. Okay, lasst uns noch mit den E-Nips oben holen. Jetzt E-FRE! Und jetzt noch ein Fisch in deinem Gesicht. Jordelkopf und... Aber ich habe den wichtigsten Spieler getötet. One-Shotted by Best Piss EU. Also jetzt, Leute, jetzt müsst ihr den Turn-Off-Make-The-Deckel drauf. Komm, Triss, mach hier den Tau weg. Und den auch noch. Und Luschen. Und alles. Ähm, die springt gerade runter. Okay, Leute, 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 Leute. Oh! End! Ja, okay, passt. Heilige Scheiße, Alter. Und jetzt so plus 12. Leider kriege ich nur plus 18, wahrscheinlich. Oder plus 17, Leute. Ähm, also die M-Air in Diamond 4 ist ganz komisch. Man bekommt plus 17, 18. Also zumindestens ich. Ich habe, glaube ich, eine gute M-Air. Ich bekomme 17, 18 und verliere 12, 13. Also, keine Ahnung, was das ist. Ich verliere super wenig, bekomme aber wenig. Wir können ja zusammen mal eben schauen. Wir wechseln zusammen die Sicht. Und? Wen, Hon und Viatrice? Ja, ich würde schon... Aber vielleicht war auch der Thrash, der das gecarriert hat. Und ganz ehrlich, ich kann auch mal Thrash. Weil, das ist ja Zusammenarbeit. Und ich wette, es kriegt immer der ADK, die Honno. Hier. Komm. Der war auch gut. Der hat mich einmal laternt, das weiß ich. Einmal. Oder zweimal. Das war gut. Das war okay. Das war nett. So. 17 für so ein Game, Alter. I'm so done. So done. Aber, Leute, ich wünsche... Beziehungsweise, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine komplette Mexikaner-Westiana. Ähm. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Schönen Tag. Und goodbye. Miau, miau. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal.